Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder 5 unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommensströme vorstellen. Und heute habe ich wirklich mal ein paar sehr interessante Optionen dabei. Ich möchte mit dir heute über eine Plattform sprechen, die auf Kryptowährungen basiert. Ich möchte dir eine weitere Freelancing-Plattform vorstellen. Ich möchte dir zeigen, wo du Stockfotos verkaufen kannst und vieles, vieles mehr. Vorher habe ich heute wieder für euch eine Empfehlung und das ist der Kanal von einem sehr guten Freund von mir, nämlich von René. Der Kanal nennt sich teachdich.de. Und ich denke, viele von euch haben bereits seinen Kanal abonniert. Ich bin auch ein Abonnent von seinem Kanal und finde seine Videos wirklich top. Und ich merke langsam, dass sein Kanal doch jetzt relativ schnell am Wachsen ist. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch seinen Kanal abonnieren könntet. Ein Link zum Kanal befindet sich in der Videobeschreibung. Er macht Videos rund ums Thema Geld verdienen oder zum Beispiel finanzielle Freiheit, T-Shirt-Business, Amazon und so weiter und so fort. Ich kann seinen Kanal wirklich nur empfehlen. Link, wie gesagt, ist in der Videobeschreibung drin. Aber fangen wir mal mit dem ersten Einkommensstrom an und dieser nennt sich Library. Library ist ein Tool bzw. eine Plattform, das es uns erlaubt, tatsächlich unseren YouTube-Kanal nochmal zu monetarisieren. Wenn du mindestens 1000 Abonnenten auf deinem YouTube-Kanal hast, kannst du dich hier anmelden und wirst dann von Library jedes Jahr nur allein dafür bezahlt, dass du deinen Account mit Library verbindest. Wie genau kann das Library machen? Library hat praktisch eine Kryptowährung rausgegeben, die nennt sich LBC. Und die wollen natürlich, dass möglichst viele Leute ihre Kryptowährung benutzen bzw. dass diese auch im Wert steigt. Und was sie da tun, ist einfach nur Folgendes. Nämlich sie geben uns die Möglichkeit, unseren Kanal mit Library zu verbinden. Wenn wir ein neues Video auf YouTube hochladen, wird dieses Video gleichzeitig auch auf Library hochgeladen. Das heißt, wir haben praktisch auch ein Backup zu unserem YouTube-Kanal. Das heißt, jedes Video nochmal, das auf YouTube hochgeladen wird, wird auch gleichzeitig auf Library hochgeladen. Und dort natürlich auch gespeichert. Das heißt, es ist wie, als würdest du einfach nochmal dein Video duplizieren. Und du musst da wirklich nur auf YouTube hochladen. Es wird automatisch von Library das Video auf Library dann übertragen. Und das Schöne ist auch nochmal hier, dass du eine feste Summe jedes Jahr bekommst. Bei 1000 Abonnenten kriegst du derzeit 1080 LBC pro Jahr. Das sind ungefähr, glaube ich, derzeit 30 Dollar pro Jahr. Also nicht besonders viel. Wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 Abonnenten hast, dann kriegst du 6.000 LBC. Das sind dann, ich glaube, sowas für 171 Dollar pro Jahr. Und natürlich, wenn der Wert von dieser Kryptowährung LBC steigt, dann ist natürlich auch dein eigentlicher Gewinn jedes Jahr um einiges höher. Solange sie natürlich weiterhin so viele LBC jedes Jahr ausschütten. Das bedeutet aber auch praktisch, das nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, du kriegst irgendwie 6.000 LBC und ich glaube, die sind derzeit sowas wie 2 Cent wert. Das heißt, 1 LBC sind ungefähr 2 Cent. Das heißt irgendwie, naja, insgesamt sind das so 170 Dollar, die du hier bekommst. Aber nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, der Wert würde sich verzehnfachen. Sind es auf einmal 1.700 Dollar, die du bekommen hast. Oder nehmen wir an etwa 140. Also ihr könnt euch vorstellen, was da wie gesagt für Größen hier eine Rolle spielen könnten. Und gerade wenn ihr halt eine Kryptowährung habt und die vielleicht für einige Zeit haltet und dann vielleicht LBC eines Tages mal eine wirklich große Kryptowährung ist, die vielleicht weit, weit mehr wert ist, als sie es jetzt ist, vielleicht ums 1.000 Dollar steigt oder was auch immer, dann wie gesagt habt ihr hier einfach nur dadurch, dass ihr euren Kanal verbunden habt, doch sehr, sehr viel Geld gemacht. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich mache um echt sein sehr wenig Videos zum Thema Krypto, weil ich halt immer so ein bisschen, ja, vorsichtig sein möchte, was Krypto angeht, weil sehr viele Krypto-YouTuber sind jetzt nicht unbedingt die vertrauenswürdigsten. Und ich hoffe natürlich, dass ihr zu mir Vertrauen habt. Und Library nochmal, wenn ich jetzt auch derzeit am Ausprobieren, finde ich es auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Plattform. Dann eine weitere Plattform, die ich euch vorstellen möchte, ist diese hier namens BigStock. BigStock ist natürlich eine Stock-Foto-Plattform und ihr könnt hier, wenn ihr beispielsweise schon eure Fotos hochgeladen habt, auf solchen Plattformen wie Shutterstock oder zum Beispiel Getty Images beziehungsweise Fotolia oder Adobe Stock oder was auch immer, dann könnt ihr, wie gesagt, diese Fotos nehmen und hier nochmal auf BigStock hochladen. Ihr wisst, ich bin ein sehr großer Fan davon, viele Einnahmequellen zu haben, weil nochmal, damit könnt ihr natürlich euer Risiko fair geringern. Und es gibt auch übrigens Tools, um zum Beispiel die Fotos auf nicht nur einer einzigen Plattform zu publizieren, sondern ganz, ganz vielen Plattformen. Ich möchte mit euch später nochmal über dieses Tool sprechen, aber BigStock ist zumindest eine Plattform, wo ihr nochmal Geld verdienen könnt. Ich kenne auch einige Leute, die dort ihre Fotos haben. Ich habe dort kein Portfolio bisher, muss es aber auf jeden Fall noch tun. Wenn ihr eingibt, Online BigStock Earnings, werdet ihr sehen, dass Leute damit auch Geld verdienen. Es ist einfach nur eine weitere reguläre Stock-Foto-Plattform, wo ihr halt Fotos hochladen könnt, wo ihr Videos hochladen könnt und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung von mir an euch. Nochmal, solche Plattformen sind vielleicht nicht unbedingt besonders interessant oder besonders kreativ, aber sie bringen Geld ein und genau deswegen stelle ich sie euch vor. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Preply. Preply ist eine Plattform, wo du Sprachen unterrichten kannst. Und eine von den dominanten Sprachen, die hier unterrichtet wird, ist tatsächlich Deutsch. Das heißt, wenn du ein bisschen Englisch kannst und du kannst anderen Leuten dann auf Englisch Deutsch erklären, beziehungsweise kannst halt den Leuten Deutsch beibringen, dann ist diese Plattform hier auf jeden Fall etwas für dich. Ich würde dir empfehlen, zumindest ganz, ganz grundlegendes Englisch sprechen zu können, weil nämlich nochmal, du wirst höchstwahrscheinlich Schüler aus dem Ausland haben, die auch nicht Deutsch sprechen oder die vielleicht noch gar nicht Deutsch sprechen. Nämlich, wenn du zum Beispiel Leute hast, die ein bisschen Deutsch sprechen, dann könnte man vielleicht sogar argumentieren, dass es für dich gar nicht mal notwendig ist, Englisch zu sprechen. Aber wenn du jetzt komplette Beginner hast, was halt passieren kann, dann solltest du auf jeden Fall doch schon zumindest Schulenglisch können, damit du dich ein bisschen mit den Leuten austauschen kannst. Auch nochmal ein Tipp, nämlich sehr viele Leute haben immer so Angst, sich selbst, sag ich jetzt mal, zu trauen, solche Dinge zu tun. Traut es euch einfach mal. Ich meine, wenn zum Beispiel so eine Plattform euch annimmt und ihr könnt dort unterrichten und die Schüler sind unzufrieden mit euch, naja gut, dann unterrichtet ihr halt nicht weiter. Aber jetzt zum Beispiel zu sagen, nee, das will ich nicht machen, mein Englisch ist vielleicht nicht gut genug, probiert es einfach mal aus. Mal sehen, ob euer Englisch tatsächlich nicht gut genug ist. Und wenn dem tatsächlich so ist, könnt ihr jederzeit stoppen. Aber wenn ihr vielleicht gut genug Englisch sprecht und ihr merkt auf einmal, man, irgendwie flutscht das ja doch noch, ich kann doch noch ein bisschen Englisch sprechen, dann, wie gesagt, ist das hier, denke ich mal, für euch eine ordentliche Plattform. Preply ist nur eine von vielen Plattformen. Wir hatten ja schon über andere Plattformen, wie zum Beispiel Check oder Landi Englisch oder VIP Kids oder zum Beispiel Chatterbug oder was auch immer gesprochen. Das sind ja alles unterschiedliche Plattformen, auf denen ihr Sprachen unterrichten könnt. Es gibt auch noch andere Plattformen, wie zum Beispiel Italiki hatten wir uns angeguckt. Und wenn ihr zum Beispiel hier Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch oder Russisch unterrichten könnt und noch viele, viele andere Sprachen, dann meldet euch auf jeden Fall hier an. Es werden auch Mandarin-Lehrer gesucht, es werden Japanisch-Lehrer gesucht. Es gibt hier immer, sag ich jetzt mal, offene Stellen. Und genau, geht einfach auf die Plattform, klickt oben auf Bekomme Tutor und dann könnt ihr euch hier jederzeit als Tutor anmelden. Auch gerade, wenn ihr ein Tutoring-Business aufbaut, seid halt wirklich euch sicher, dass ihr nicht nur eine einzige Einnahmequelle habt. Das heißt, seid euch sicher, dass ihr nicht nur auf Preply seid, sondern dass ihr auch noch ein paar andere Plattformen habt, sei es zum Beispiel Checks, sei es zum Beispiel VIP-Kids, Landi, Englisch, Q-Kids und so weiter und so fort. Also, dass ihr halt einfach nur mal auf ein paar anderen Plattformen seid, damit ihr halt ein diversifiziertes Einkommensstrom-Portfolio habt. Dann, die nächste Plattform ist diese hier namens Blackbox. Blackbox ist nicht unbedingt eine Plattform, sondern eher ein Tool. Blackbox ermöglicht es dir, deine Stockfotos nicht nur auf einer einzigen Plattform hochzuladen, sondern auf mehreren Plattformen zur selben Zeit. Ein Problem, das du haben wirst, ist das folgende. Nämlich, gerade wenn du auf solchen Plattformen hochlädst wie Shutterstock, dann wirst du dort bis zu 50 Tags angeben müssen. Das heißt, du lädst deine Fotos hoch, du lädst deine Videos hoch, du lädst vielleicht Vektoren, Illustrationen, Icons oder was auch immer hoch und für jedes einzelne Bild kannst du bis zu 50 Tags eingeben. Und jetzt stell dir mal vor, du machst das mit 2000 Fotos. Dann bist du schon bei 100.000 Wörtern, die du schreiben musst. Nehmen wir mal an, du bist nicht nur auf einer Plattform, sondern du bist auf 10 Plattformen und alle im Durchschnitt, sag ich jetzt mal, haben irgendwie 25 bis 50 Tags, dann bist du halt vielleicht bei einer halben Million bis einer Million Tags, die du tatsächlich eingeben musst. Und das wäre natürlich absolut verrückt. Deswegen, es ist vielleicht sinnvoller, einfach mal zu sagen, gut, dann gebe ich ein paar Prozent an eine Plattform ab und nehmt halt euch so ein Tool wie zum Beispiel Blackbox, dass ihr wirklich dort nur eure Fotos hochladet. Die Fotos werden dann auf allen möglichen Plattformen verkauft. Und ihr müsst euch halt nicht mehr darum Sorgen machen, auf diesen ganzen Plattformen die ganzen Tags einzugeben, sondern das wird alles direkt von Blackbox übernommen. Und dann eine letzte Plattform, die ich euch vorstellen möchte, ist diese hier namens Hoplens. Hoplens ist eine Plattform aus den USA, wo ihr als Freelancer arbeiten könnt. Auch nochmal, also zum einen bei der Plattform ist es eine ganz reguläre Freelancing-Plattform. Ihr könnt hier, sag ich jetzt mal, Dinge anbieten wie, sagen wir mal, Webentwicklung oder Marketing oder Videoerstellung oder Editing oder Logodesign oder was auch immer. Bloß hier vielleicht immer der Fokus, die meisten Kunden sitzen in den USA. Es ist halt eine von diesen Plattformen, die schon doch relativ groß ist, aber die zumindest vom Umsatz natürlich nicht mit Upwork oder Fiverr oder so mithalten kann. Es ist definitiv eine kleinere Plattform, die Sinn macht, sich einfach mal anzuschauen. Mein persönlicher Tipp wäre auch hier wieder an euch, sucht euch mehrere Einkommensströme. Es ist immer gut, mehr als einen Einkommensstrom zu haben. Lasst jeden Einkommensstrom vorher von eurem Steuerberater kurz mal checken, so dass der einmal kurz rüber guckt und sieht, aha, da gibt es jetzt keine Probleme oder da ist jetzt nichts irgendwie bedenklich hinsichtlich vielleicht der steuerlichen Behandlung und wenn du, wie gesagt, dann das Go von deinem Steuerberater hast, dann stürze dich in die Materie rein, versuche wirklich so gut oder so schnell zu arbeiten, wie nur irgendwie möglich. Und gerade über solche Plattformen wie Upwork, Fiverr, Hoplens, Workcanner, Guru, Twargo und so weiter und so fort könnt ihr auch wirklich, wirklich gutes Geld verdienen, wenn ihr wirklich nur dabei bleibt und schnell auf Anfragen antwortet, wenn ihr der Erste seid und natürlich auch gute Samples beispielsweise liefert und auch grundsätzlich einen guten Preis liefert. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Übrigens, ich habe euch auch nochmal in der Videobeschreibung meine YouTube-Community verlinkt, nämlich ich habe jetzt eine Facebook-Gruppe, die ich YouTube-Community nenne, ich sollte sie vielleicht mal Facebook-Community nennen, aber es ist praktisch einfach nur eine Facebook-Gruppe, wo ich drin Videos poste, wo ich Livestreams mache, wo ich Artikel poste und so weiter und so fort und wo wir uns alle miteinander austauschen können. Würde mich sehr, sehr freuen, dich in dieser Facebook-Gruppe willkommen heißen zu dürfen, deswegen schau gerne mal in die Videobeschreibung rein, dort befindet sich ein Link zu dieser Facebook-Gruppe. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.